Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen OMSI 2 Folge. Schön, dass du wieder da bist. Anlässlich unseres anstehenden Leitstellenfahrt mit unseren Oldtimern zeige ich euch hier heute den nächsten. Das ist der Coachbus 250. Absolut klasse. Ist ein Payware-Bus. Den gibt es meiner Meinung nach aber auch irgendwo versteckt noch als Freeware. Der hat zwar nicht ganz so viel drin wie der Payware-Bus, aber der hat es echt in sich. Also, das muss ich mir wirklich mal lassen. Sieht unscheinbar aus. Auf der Stream-Seite ist aber doch einiges drin. Und wenn man das Handbuch nicht liest, kann man hier schon echt verzweifeln. Ich hatte jetzt vor kurzem erst wieder eine Nachricht bei mir drin. Derjenige hat den Bus absolut nicht starten können. Er hat den DRC wieder zurückgegeben und hat dann gemeint, so von wegen, so, ja, ist kaputt. Im Nachhinein hat er es doch neu geschafft. Aber wie gesagt, das wollen wir uns heute, wie gesagt, hier anschauen auf der Karte Edbruck. Wir fahren heute auch Richtung Bahnhof Edbruck und starten hier nochmal eine Dorfmühle oder sowas. Nennt sich das Ganze. Ich glaube, die Karte hatten wir schon mal, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ich finde halt gerade auf Karten, so, so Überlandkarten mit viel Wald oder sowas, passen diese Busse einfach absolut rein. Hier würde doch kein E-Citaro draufpassen. Wie sieht denn das aus? Ja, also wie gesagt, so absolute Oldtimer-Karte mit Oldtimer-Bus. So muss das sein. Und ich würde mal sagen, wir beeilen uns mal, denn wir haben ja auch noch Abfahrt irgendwann. Als erstes müssen wir den Bus natürlich starten. Wieso? Wir würden jetzt vergeben suchen, den Bus jetzt einfach so starten zu können, weil das würde jetzt gar nicht funktionieren. Wir müssen ja erstmal dementsprechend den Motor und so weiter vorbereiten. Wenn ich jetzt hier drin sitze, ich mache mal das Lenkrad hier kurz weg hier, da kann ich jetzt hier auf E drücken. Da passiert einfach gar nichts. Also das ist schon ein bisschen schade. So, wir stecken erstmal den Zuschlüssel rein, nehmen uns mal hier den Schlüssel hier mit hier. Also normalerweise müssten wir jetzt den Schlüssel hier mitnehmen und springen mal raus hier aus dem Bus und werden mal hier hinten an die Heckklappe gehen. Wir werden diese mal öffnen und werden jetzt hier mal den Schlüssel drehen, Schlüssel wieder mitnehmen und die Klappe öffnen. Als erstes natürlich hier den Schalter hier erstmal umklicken, damit das Ganze passt. So, die Klappe kann aber erstmal wieder zu, die brauchen wir nicht mehr. Als nächstes gehen wir mal jetzt hier hinten an die Kofferraumklappe oder Motorklappe hier in dem Falle öffnen diese mal. So sieht das Ganze aus. Das sieht schon echt detailliert aus. Das muss man mal lassen. Also Busmechanics Simulator, let's grüßen, wenn man das Ganze mal so sieht. Also das ist schon absolut genialo. So, wir müssten jetzt alles haben, dass wir jetzt den Bus starten können. Ich sehe aber, das macht er nicht. Ich springe mal ganz kurz rein. Er hat noch keine Zündung. Ihr seht, es leuchtet nichts im Bus. Deswegen müssen wir jetzt hier nochmal raus und müssen jetzt nochmal hier versuchen zu finden, was hier los ist. Ich schalte erst mal der hier rein. Genau, jetzt haben wir auch Zündung. Das passt. Und normalerweise ist mir den Bus jetzt auch demnächst anbekommen. Ich springe mal nochmal raus. Und da läuft der Motor. Schön, wie die ganzen Riemen sich bewegen und alles. Großartig. Das ist doch, das ist absolut luxus. So, Kappa kann wieder zu. Erstmal soweit fertig hier. Motor läuft zumindest, ja. Als kleinen Gimmick hier, falls ihr, ja, den Bus ja vielleicht auch so interessant findet, wie meine Wenigkeit. Ich mag ja sowieso die älteren Modelle ja doch ein bisschen lieber. Habt ihr zum Beispiel hier noch eine Möglichkeit, indem ihr jetzt hier zum Beispiel auch noch die Klappe öffnen könnt. Und dementsprechend, ja, öffnest du dich. Hallo. Öffnet sich jetzt gerade nicht. Achso. Sollten vielleicht auch erstmal aufschließen. So, jetzt können wir die Klappe öffnen. Habt ihr hier nochmal so ein bisschen Gimmicks drin. Da könnt ihr hier zum Beispiel einfach mal noch ein paar Radkappen hier einfach rufsitzen, zum Beispiel, ja, wenn ihr da Bock drauf habt. Oder ihr könnt hier zum Beispiel, wenn wir das hier mal machen, hier oben noch so eine Grubenlampe raufsitzen, wenn euch was gefällt. Oder, ja, euch das Licht zu hell, macht ihr hier einfach ein paar Linsen hier noch rein, damit es halt nicht so knallig hell ist. Einfach einen Klick wieder drauf und dann könnt ihr das Ganze dementsprechend wieder wegmachen. So, Schlüssel nicht verlieren, sonst wäre es ein bisschen ärgerlich. Als nächstes müssen wir natürlich den Innenraum natürlich noch so ein bisschen hier machen, ne. Also, soweit sind wir ja startklar, machen wir mal ein bisschen Licht hier an. Hier oben sind übrigens die Schilder, die werden wir jetzt auch nicht benötigen. Ne, warte, ich muss mal die Sitzposition hier verändern. So, weil du kommst nämlich, vom Fahrerplatz kommst du nicht da ran. Das ist ein bisschen doof gelöst tatsächlich. Wir müssen jetzt hier nochmal, hier oben ran. Da haben wir ein paar Zeugs, was wir hier noch als Verschönerung zum Beispiel machen können. Und wir müssen hier nochmal ran, denn hier finden wir nämlich alles Weitere, was wir jetzt gleich benötigen. Wir müssen natürlich erstmal schildern. Das Ganze funktioniert hier, ist ein bisschen eigenartig. Ich mache das Ganze hier einfach über Ziel, dann funktioniert das auch hundertprozentig, dass hier auch Leute einsteigen. Boah, der Tracker, ja, so kompliziert. So, genau, 424 nach Adbrook. Das passt. Normalerweise würde jetzt hier vorne nämlich dran stehen, welche Linien wir jetzt fahren, passiert aber nichts. Weil, wie gesagt, das Ganze hier dementsprechend nicht so wirklich funktioniert. Ich weiß nicht warum. Vielleicht braucht man da noch die Texturen oder sowas, damit das Ganze passt. Aber die Fahrgäste würden jetzt in der Regel auch einsteigen. So, das ist wie gesagt, das ist der Innenraum hier. Das ist der typische Überlandbus. Und ja, somit sind wir eigentlich startklar. Wir haben noch drei Minuten. Ich würde aber sagen, dass wir uns langsam in Richtung Fahrt machen. Damit wir natürlich auch nicht zu spät ankommen. Ja, andere witzige Sache ist, das ist ein Schaltbus. Also, das heißt, ich muss hier jetzt manuell schalten. Das kann was werden, Leute. So, Strehldorf, erster Start hier. Ansagen haben wir natürlich hier nicht hier in dem Bus. Aber ich denke mal, damit kommen wir klar. So, gut. Kommt er mal rein hier. Ja, boah. Erstmal Druckluft hier, erstmal aufbauen hier in dem Bus hier. Wir haben natürlich hier den gleich durchgepustet hier, damit er hier natürlich startet. Ja, Fahrt wird um die 20 Minuten dauern. Das ist ein bisschen stickig hier drin. Guck mal mal, kitz auf hier. Ja, bei so einem Alter kann es natürlich mal sein, dass das ein bisschen stinkt. Es gab, wo ich den damals Let's Played hatte, dem Bus, gab es da noch so ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile gefixt haben. Die Fahrgäste steigen permanent vorne aus. Also wir können hinten die Tür aufmachen. Es würde hinten aber keiner aussteigen, weil sie ja schon automatisch alle nach vorne laufen würden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile gefixt worden ist. Werden wir jetzt ja gleich sehen. So. Ja, sind wir jetzt bei 10 Minuten. Wir stehen an der ersten Haltestelle. Besser kann es so aktuell nicht laufen. Ja, wir hatten schon erwähnt, dass es den als Solo und als Gelenkbus gibt. Das Problem ist, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es ja nicht automatisch denn eine Vergünstigung gibt oder sowas. Wenn ihr den einen DEC habt, der andere kostet dann nochmal. Also es ist ein bisschen schade. Da könnte man auf jeden Fall, könnte man auch ein bisschen spendabler sein können. Hier zum Beispiel können wir die Türen auch öffnen. Über den Schalter hier. Also wer es halt richtig realistisch mag, der springt nicht einfach rein und ist drin. Nein, der drückt erstmal den Knopf, damit die Tür erstmal öffnet. Und so weiter und so fort. So. Gut. Ich würde sagen, Tür zu. Ab geht er. Wie gesagt, also auf so eine Karte passt einfach kein E-Citaro. Da kannst du mir sagen, was du willst. Wirklich. Es ist ein bisschen heller geworden in Edbrook. Es sieht nicht mehr ganz so nach Regen aus. Achtung. Es fährt schon ein bisschen anders. Ja, wie gesagt, also den gibt es wohl auch als Freeware-Bus. Hatte ich mal damals in den Kommentaren gelesen gehabt. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Grüß dich, Manfred. Oh, eine Brille. Stylische Sonnenbrille hat der Manfred aufgehört. Ähm, ja. Hatte ich gelesen gehabt, dass es wohl hier auch einen Freeware-Bus von gibt. Ja, das ist wohl hier auch eine Brille-Bus von gibt. Man wird wieder nur am tuttern Ich weiß auch nicht, was jetzt gerade los ist Ach stimmt, das war ja auch noch Da durftest du nicht voll durchtreten Das mochte ich, da muss ich überhaupt nicht Ich erinnere mich düster, da war was Da fliegt das Spiel nämlich an zu ruckeln Und der Bus, der ist dann total ausgeführt Ich erinnere mich, da war was Ja, guck mal, die kommt immer noch nach vorne Verspende hier auch so ein bisschen die Sicht hier Weil du kannst nicht mal wirklich in den Spiegel reingucken Wenn sich da jetzt noch jemand hinstellt oder sowas Schau, dass sie das bis dato jetzt nicht mehr gefixt haben Der DLC, der ist jetzt nicht frisch Der ist schon, ja Schau, dass man das nicht gefixt hat Schau, dass man das nicht mehr gefixt hat Das ist schon, ja Das ist schon, ja Das ist schon, ja Das ist schon Das ist schon Das läuft doch gerade, ich will mir ein bisschen die Zeit hier ab Das ist schon, ja Das ist schon, ja Das ist schon, ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Bus fährt sich wirklich großartig her, wollte ich nur mal betonen, ist halt wie gesagt echt doof, aber ich glaube den gibt es sogar als Automatikfahrzeug, da gibt es eine Mod für und dann könnt ihr den sogar als Automatikfahrzeug fahren, aber als Schaltwagen geht das auch vollkommen in Ordnung, das ist auch eine extrem schöne Karte, also wie gesagt, hier mit dem EZ-Taro, das wäre absoluter Unsinn, aber der Bus, der passt hier wie die Faust aufs Auge drauf, ja, Alter, wir sind schon bei 80 hier, was ist los? Ja, ich denke 60 60 ist hier nur. Steigen die letzten Beine aus oder was? Ne, da sitzt noch ungefähr. Oh, jetzt kommt hier. Jetzt kriege ich hier gerade keinen Speed mehr rauf. Oder runterschalten, wo ist das? Extreme Clusher ist weg. Steht schon an der nächsten Haltestelle, denn man ist hier stundenlang gebrennet wie ein Chaote. Ja, diese kleinen Details sind im Kühn und alles was hier. Fantastisch. 50, Ortseingang. Kupplung drehten, abbremsen. Das ist natürlich auch nicht zu hart bremsen jetzt. Fantastisch. Grüezi miteinander. Wie sieht es aus? Wir haben Abfahrt. Ich kann abfahren. Wundervoll. Entweder nicht. Abfahrt. Und wieder. Das ist doch nicht zu hart. Ich weiß nicht. Dass es nicht zu Club Pilbet ist. Das ist doch nicht zu arm. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, der Bus hat auch kein Force-Feedback. Also ich merke eigentlich gar nicht, dass wir jetzt hier über Kopfschirmpflaster fahren oder sowas. Also gut, das könnte man vielleicht sagen, Federung oder sowas, aber bei vielen Bussen merkst du halt, dass du mal so ein bisschen über so ein Schlagloch fährst. Ich finde, das sind immer so, alles so Sachen, die müssen in einem Payware-Album dabei sein. Also wenn man dafür Geld bezahlt, dann möchte man schon das alles haben. Wenn man dafür Geld zahlt, bei Freeware bin ich dann so einer, das, was ich kriege, bin dann zufrieden. Auch wenn das halt vielleicht immer noch ein bisschen fehlerhaft ist oder verpackt ist oder sowas. Das ist Freeware. Da darfst du nicht meckern. Ja, da darf man sich nicht beschweren. Das ist umsonst. Hallo? Hat sich jemand freiwillig reingesetzt und hat das gebastelt für die Community? Und wenn man sich denn auch darüber aufregt, könnte ich kotzen oder sowas. Muss ich ganz ehrlich sagen. Beim Payware sieht es aber anders aus. Da stelle ich dann auch Anforderungen. Und das ist hier zum Teil leider, wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung, ich weiß gar nicht, ob es hier mal irgendwann mal noch ein Patch gab oder sowas für den Coach Bus 250. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so 100% sicher. Aber das sind so alles so Sachen, die hätten alle noch gefixt werden. Ich meine, schaut euch die Polygonen Busse an. Die kriegen immer noch Updates und alles sowas. Und die basteln und tun da. Also da können sich auf jeden Fall viele Entwickler eine Scheibe abschneiden. Das Polygonen da auf jeden Fall auf die Beine stellt mit den Bussen. Das ist so eine richtig schöne Überlandkarte. Auch realistisch mit dem Verkehr, dass hier keine Staus bilden oder sowas, dass hier ein Fahrzeug nach den anderen kommt. Das muss hier wirklich das letzte Fleck Erde sein, wo wir gerade hier lang fahren. Wo wahrscheinlich hinter uns dead end ist. Und da kommt es nicht mehr weg. Zum Sportverein hier. Oh, da ist es schon noch. Das ist auch cool hier mit der Wassermügel. Schön. Schön, schön. So. Alles einsteigen, aussteigen, bitte. Ich habe einfach anderthalb Minuten jetzt hier plus hier. Das werde ich jetzt aber leider nicht überspringen, Leute. Da werde ich jetzt die Zeit, die ich hier nicht erwarte. Unsere Zeit ist kostbar. Wisst ihr meine unter euch. Auf eure Zeit, ne. Da wollen wir das natürlich hier nicht alles in die Länge ziehen. Hier. Das war jetzt nicht zu früh geschaltet. Komm. Oh. 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 Da geht es mir wohl. Richtig dann auch, gell? So, wir gehen zum Bahnhof. Was soll ich sagen, unsere Fahrt endet dort. Absolut schöne Strecke, die gefällt mir. Bus, wie gesagt, großartig. Gibt es nichts zu beanstanden. Ja, die ist absolut fantastisch, die Karte. So, einmal zu früh. Ja, das war es auf jeden Fall von meiner Seite heute. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schreibt es in die Kommentare. Und seid ihr selbst schon mal mit dem Coachbus unterwegs gewesen? Habt ihr euch den DRC vielleicht gekauft? Oder habt ihr noch irgendwelche Sachen, die zum Beispiel euch jetzt aufgefallen sind, die jetzt fehlerhaft sind? Wenn ihr uns die Kommentarfunktionen schreibt, schreibt es gerne unten mit rein. Damit verabschiede ich mich und freue mich natürlich, wenn wir uns zur nächsten Folge hier wiedersehen. Und selbstverständlich mit einer weiteren Folge haben sie schön guten Tag. Wollte ich jetzt sagen, das hatten wir aber alles schon. Ich sage einfach nur Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.